Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Heute wollen wir schauen, wie sich das Sony Xperia XZ2 in den aktuellsten Benchmarks gegen das Samsung Galaxy S9 Plus und das Huawei P20 Pro schlägt, wenn man so will, die creme de la creme, die der Android-Bereich momentan so zu bieten hat. Besonders interessant, weil es das erste Smartphone, also hier das Xperia XZ2, auf meinem Kanal mit dem Qualcomm Snapdragon 845 SoC ist. Da bin ich schon extrem auf die Werte gespannt. Vorab das Übliche, ich habe natürlich alle drei neu hochgefahren. Wir haben keinerlei laufende Apps. Ich zeige euch das mal schnell auf allen drei Smartphones. Also die Bedingungen sind wirklich identisch. Die jeweils aktuellsten Updates habe ich installiert, also zumindest soweit sie für mein Gerät hier verfügbar sind. Und alle sind natürlich auch im gleichen WLAN und so weiter. Also wirklich identische Bedingungen und am Ende messen wir dann wie immer noch die Wärmeentwicklung. Wir starten das Ganze hier jetzt aber mit dem Geekbench 4 Benchmark. Ich habe ihn, wie ihr hier sehen könnt, auf dem Xperia XZ2 noch gar nicht durchlaufen lassen. Ich bin echt gespannt. Der Snapdragon 845 wird ja eigentlich überall gelobt. Mal schauen, wie das dann im Alltag so ist. Wir schauen uns hier auch nochmal kurz die Speed an oder den Speed an. 2,8 GHz. Das bitte im Hinterkopf behalten. Run CPU Benchmark, Run CPU Benchmark. Und dann schauen wir einfach mal, wer hier am Ende den besseren Wert schafft. Was gibt es zu den Prozessoren sozusagen, die verbaut wurden? Ich habe es ja schon gesagt. Hier haben wir beim Sony Xperia XZ2 den Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm's neuen Spitzenprozessor. Ein Octa-Core, der, wie wir hier gesehen haben, mit 2,8 GHz maximal taktet. Zumindest laut Geekbench. Sony gibt das, glaube ich, nicht exakt an. Einfach mal schauen. Aber ich denke, 2,8 GHz sind realistisch. Dazu gibt es 4 GB RAM. Dann beim Galaxy S9 Plus haben wir Samsungs hauseigenen Exynos 9810. Ebenfalls Octa-Core, ich glaube, mit maximal 2,3 GHz. Oder was haben wir da eben gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube, das waren mehr. Das waren hier tatsächlich auch 2,7 GHz. Oder die 2,36 waren es dann hier beim Huawei P20 Pro. Das ist der High Silicon Kirin 970. Auch hauseigen, auch Octa-Core mit 6 GB RAM. 6 GB RAM haben wir hier auch beim Galaxy S9 Plus. Allerdings, was rein so die CPU-Power angeht, sollte der Exynos eigentlich nicht mithalten können. Also da sollten die beiden hier besser sein. Da wollen wir eher mal schauen, wie sich der Snapdragon im Vergleich zum Exynos so schlägt. Ja, soviel also dazu. Was man hier auch wieder ganz gut vergleichen kann, sind die Weißwerte. Auch wenn die Kamera das immer nicht so richtig einfängt. Wir haben hier ja ein LC-Display und hier zwei OLED-Displays. Und zumindest hier bei mir sieht es so aus, als hätte das LC-Display schon den besseren Weißwert. Die beiden hier haben für ein OLED aber auch wirklich einen guten Weißwert. Also da kann man jetzt nicht so großartig viel zu sagen. Wir sind jetzt bei etwa 54%. Das Ganze sollte nicht mehr allzu lange dauern. Ich bin jetzt still. Wir spulen kurz vor und sehen uns dann gleich mit den Werten wieder. Und da haben wir auch schon unsere Werte. Wie ihr hoffentlich gesehen habt, waren die beiden hier deutlich schneller als etwa das Huawei P20 Pro. Das ist immer schon ein ganz guter Indikator. Im Single-Core-Score ist der Snapdragon 845 aber gar nicht mal so stark, wie ich eigentlich gedacht hätte. 2.468 zu 3.808 zu 1.920. Wenn wir hier jetzt noch einen Apple A11 Bionic dabei hätten, aber lassen wir das. Das ist nicht das Thema. Dann im Multi-Core-Score aber doch interessant. 8.494 zu 9.195 zu 6.797. Gut, also hier die Runde geht auf jeden Fall mal an den Exynos. Was man aber auch sagen muss, was mir jetzt in der wenigen Zeit, in der ich das Xperia XZ2 schon benutzt habe, aufgefallen ist. Was so den Akkuverbrauch angeht, ist der Snapdragon 845 auf jeden Fall besser als der Exynos. Der Kirin schlägt sich da eigentlich auch ganz gut, da haben wir aber natürlich auch mit Abstand den größten Akku. Soviel auf jeden Fall jetzt zum Geekbench 4 Benchmark. Als nächstes schauen wir uns den AnTuTu Benchmark an. Der läuft jetzt auch schon auf allen drei Smartphones und ich bin jetzt wirklich gespannt, weil das ist jetzt schon der zweite Take, den ich filme. Im ersten gab es Probleme mit der Kamera. Ich habe einfach nicht auf Filmen gedrückt. Aber da ist das Xperia XZ2 bei etwa 56% abgestützt, hat den Benchmark nicht komplett ausgeführt. Die anderen beiden hingegen schon. Das hatten wir ja vor ein paar Tagen schon beim Huawei P20 Lite. Also irgendwie scheint der AnTuTu Benchmark ziemliche Probleme zu machen mit neuen Smartphones in letzter Zeit. Ich hoffe einfach, das läuft jetzt durch. Das wäre natürlich sehr, 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 sehr interessant. Aber wenn es nicht so ist, kann ich es leider auch nicht ändern. Ich hole jetzt einfach mal aus. Vorteil ist, ich habe jetzt alle drei Smartphones gemutet. Ich hoffe, es ist euch aufgefallen. Also für all diejenigen, die diese Benchmark-Videos hier öfter schauen. Aber ich hole jetzt einfach mal aus und erzähle ein wenig über meine bisherigen Eindrücke vom Sony Xperia XZ2 nach ein bis zwei Tagen Nutzung. Also nicht nach besonders langer Zeit. Aber trotzdem ein bisschen was kann ich ja schon erzählen. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Ich mag es von der Haptik her sehr, sehr gerne. Es fühlt sich super hochwertig an. Es liegt super gut in der Hand. Das Gewicht stört mich persönlich jetzt überhaupt nicht. Also das gefällt mir. Rein von der Optik her mag ich das neue Design. Und es hat wirklich ein super Display. Anders als die beiden hier hat es ja kein OLED-Display. Aber das LCD-Display oder das LC-Display macht wirklich einen super Job, was die Helligkeit angeht, was die Farbdarstellung angeht, was die Schärfe angeht. Was die Schärfe angeht, gefällt es mir sogar besser als zum Beispiel das vom Huawei P20 Pro. Das hat ja eine Pentile-Matrix und eine ähnliche Auflösung. Und ich glaube, das fängt auch die Kamera gerade einigermaßen ein. Das Display vom XZ2 ist schärfer. Schön finde ich auch, wie hier alles so flüssig durchläuft. Nachdem wir ja letztens den AnTuTu Benchmark mit diesen Mittelklasse-Smartphones hatten, wo das alles nicht wirklich flüssig lief, ist das jedoch jetzt eine Augenweide. Also soviel zu den positiven Dingen. Zur Kamera kann ich ehrlich gesagt noch nicht besonders viel sagen. Habe ich gestern ein bisschen mit rumgespielt. Also, ja, ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Muss ich mir noch genauer anschauen. Aber die ersten Eindrücke waren jetzt nicht irgendwie überwältigend. Mal abwarten. Jetzt kommen wir aber wirklich zu den Punkten, die mich schon nach ein bis zwei Tagen stören. Das Design. Nicht, was die Optik angeht, sondern was die Umsetzung angeht. Schaut euch das hier einfach mal an. Wenn ich das hier ganz leicht anfasse, ah, es wackelt brutal auf dem Tisch liegen. Das macht auch das P20 Pro, weil die Kamera herausragt. Aber seht ihr, wie sich das hier dreht? Also, das ist wirklich krass. Durch dieses, ja, kissenförmige Design, sage ich jetzt mal, ist das Ding auf einem Tisch liegen. Ihr seht, ist hier quasi unbenutzbar. Das war letztes Jahr zum Beispiel bei den HTC-Smartphones schon ganz ähnlich. Das werfen ja viele Sony vor, dass sie sich da bei dem neuen Design von HTC ein bisschen inspirieren lassen haben. Aber das ist hier nochmal deutlich krasser. Also, das Ding auf einem Tisch liegen quasi nicht zu benutzen. Was mich aber noch viel mehr stört, und das habe ich im Unboxing schon angesprochen, das Tassenlayout. Also, der Powerbutton und die laute, leise Wippe sind viel zu schlecht platziert. Die laute, also die laute, leise Wippe hätte ich vielleicht etwas weiter unten platziert. Den Powerbutton hingegen etwas weiter oben. Also, ich komme an die beiden nicht gut ran. Und der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite ist noch viel schlimmer. Der ist ja so relativ mittig platziert. Und ich komme einfach ständig auf die Kamera anstatt auf den Fingerabdrucksensor. Mal schauen, ob man sich da in den nächsten Tagen noch dran gewöhnen kann. Aber, also das war Sony. Was habt ihr euch da nur gedacht? So, habt ihr das vorher nicht mal mit echten Menschen getestet? Also, es sieht ja nett aus. Aber, also von der Usability her, puh, bin ich echt, echt, echt nicht angetan bisher. Jetzt sind wir wieder bei 56%. Und ihr habt hoffentlich gesehen, das Display, also die Displayhelligkeit hat sich nach unten geregelt. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das hier noch durchläuft. Also, ich wollte jetzt eigentlich vorspulen, aber das schauen wir uns jetzt mal noch an. 58%, okay, das hatten wir vorher noch nicht. Auch beim Galaxy S9 Plus, da hat sich die Displayhelligkeit noch deutlich weiter runter geregelt. Sony hat sie jetzt gefühlt wieder hochgeschraubt. Also, das ist einfach das, was ich euch bisher so sagen kann. Was ich mir auch denke, das Ding macht irgendwie bisher nichts besser als die beiden hier. Also, keine einzige Disziplin, aber das alles bisher nach ein bis zwei Tagen. Da will ich jetzt noch nicht zu viel zu sagen. Alles weitere dann im Review. Ich bin jetzt erstmal still und wir spulen etwas vor und sehen uns dann gleich mit den finalen Werten wieder. Und das hat sich doch gelohnt, dass wir das Ganze hier nochmal gespielt haben. Jetzt lief nämlich beim Xperia XZ 2 alles durch. Und wir haben einen sehr, 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 sehr starken Wert. 250.221, das ist mehr als beim Galaxy S9 Plus. 247.122, wobei hier der Unterschied nicht so groß ist. Aber der Sprung zum P20 Pro ist dann doch schon eher größer. Hier haben wir nur 206.847 Punkte. Und ich hoffe, ihr habt es gesehen, also so während dem Benchmark hat das Galaxy S9 Plus die Displayhelligkeit immer weiter nach unten geregelt. Die beiden hier eher nicht. Das spricht schon dafür, dass die Wärmeentwicklung ziemlich stark ist. Jetzt schauen wir einfach mal, was der AnTuTu Benchmark so sagt, bevor wir später noch nachmessen. 40 Grad, 36,5, 40 Grad. Okay, mal schauen. Ich bin gespannt, so normalerweise sollte das Galaxy S9 Plus, was die vergangenen Werte so gezeigt haben, eher am wärmsten sein. Aber werden wir dann gleich sehen. Zuvor wollen wir jetzt aber noch im GFX Benchmark schauen, wie warm die drei Smartphones hier unter Volllast werden. Ich habe ihn jetzt auf allen Geräten auch schon gestartet. Den Smartphones wird jetzt 15 bis 20 Minuten wirklich alles abverlangt. Da laufen jetzt diverse Tests durch. Ich hoffe, dass wirklich alle Tests auf allen Smartphones durchlaufen. Das ist nicht immer so selbstverständlich. Nachdem wir da jetzt beim AnTuTu Benchmark eben schon etwas Probleme hatten, hoffe ich einfach, dass hier jetzt alles läuft. Es kann jetzt aber wirklich sehr, sehr gut sein, dass die Smartphones unterschiedlich schnell fertig werden, weil eben, wie gesagt, nicht jeder Test mit jedem Prozessor kompatibel ist, vor allem bei so einem neuen Prozessor. Aber ich spule das Ganze jetzt dann wie immer für euch vor. Ja, das haben wir doch jetzt schon gesehen. Das ging jetzt eben sehr, sehr schnell. Okay, das habe ich befürchtet. Also hier hatten wir jetzt schon mal einen Absturz beim Xperia XZ2. Ich lasse das Ganze jetzt einfach hier nochmal laufen. Ich hoffe, es läuft jetzt besser. Einfach mal schauen. Das nehmen wir jetzt aber nochmal kurz mit. Es läuft jetzt auf jeden Fall wieder. Mal schauen. Ich bin jetzt mal still. Wir spulen jetzt einfach mal vor. Ich hoffe, 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 dass das Ganze hier einigermaßen durchläuft. Ansonsten müssen wir gleich messen. Und jetzt lief das Ganze doch zehn Minuten hier auf dem Xperia XZ2 durch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es jetzt tatsächlich Sinn macht, das Ganze hier nochmal zu starten. Ich mache es jetzt aber, weil die beiden hier sicherlich nochmal so zehn Minuten haben. Mal schauen. Vielleicht klappt das Ganze jetzt. Ich schließe den Benchmark jetzt auch nochmal und starte ihn hier erneut. Einfach mal schauen so. Wenn nicht, dann nicht. Es fühlt sich jetzt nicht besonders heiß an. Ich tippe mal so auf 35 Grad. Ich starte jetzt aber nochmal. Vielleicht läuft ja jetzt alles durch. Ansonsten sollten die eigentlich alle relativ zeitgleich fertig werden. Ich bin wieder still und wir spulen weiter vor. Und das Galaxy S9 Plus ist jetzt auch fertig. Das P20 Pro sollte auch gleich fertig sein. Das Xperia XZ2 läuft jetzt noch, wobei ich befürchte, dass das auch gleich wieder abstürzen wird. Hier aber warten wir einfach mal ab und messen jetzt mal beim Galaxy S9 Plus. Da sehen wir 42 Grad, 39, 38, also die linke Seite deutlich wärmer. Und wenn wir runtergehen, wird es eher wieder kühler. Jetzt messen wir auch gleich mal beim P20 Pro nach. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Alle drei Smartphones haben die Displayhähigkeit im Laufe des Benchmarks hier runter geregelt. Teilweise ziemlich deutlich. Hier haben wir jetzt sogar 44 Grad, 45 Grad beim P20 Pro. Das dachte ich mir eben schon, weil es sich ziemlich warm angefühlt hat. Je weiter wir runtergehen, desto kühler wird es auch. Ich bin jetzt dann echt gespannt, was das Xperia XZ2 so anzeigen wird. Ich meine, da wird der Benchmark vermutlich nicht voll durchlaufen. Aber dadurch, dass ich das Ganze jetzt einfach hier mehrmals durchlaufen lassen habe, haben wir eine ähnlich lange Zeit, beziehungsweise jetzt ja sogar länger als bei den beiden hier. Hier beim P20 Pro, das will jetzt irgendwie sogar gar nicht mehr in den Portrait Mode gehen. Hat jetzt aber natürlich geklappt. Ja, die fühlen sich beide ziemlich warm an, wenn ich das mal so sagen darf. Hier wurde jetzt sogar die App geschlossen beim Galaxy S9 Plus. Das ist interessant, das hatten wir vorher noch nicht. Die Werte sind ja eh relativ egal. Aber das P20 Pro ist schon noch mal eine Ecke wärmer, vor allem hier oben und am Rahmen. Also ihr seht es, ich kann es immer noch in die Hand nehmen. Aber beim Galaxy S9 Plus ist sogar noch die Displayhelligkeit hier nach unten geregelt, obwohl ich eigentlich volle Helligkeit eingestellt habe. Also der GFX Benchmark hat den beiden auf jeden Fall alles abverlangen. Ich bin jetzt noch mal still. Wir schauen, vielleicht läuft ja jetzt beim Xperia XZ2 alles durch. Ich denke aber nicht. Eher denke ich, dass wir uns da gleich dann mit der Wärmemessung sehen werden. So, jetzt ist es wieder passiert. Nach exakt 20 Minuten und zwei Durchgängen ist das Xperia XZ2 wieder abgestützt. Das ist sehr schade, aber trotzdem haben wir ja jetzt eine ähnlich lange Zeit uns das Ganze angeschaut. Wir sehen hier 38 Grad und wenn wir mal hochgehen, werden es mehr. Ja, 41. Also auch hier haben wir oben vermutlich den Prozessor, weil da ist es am wärmsten. Aber 42 sogar, aber recht viel mehr wird es da nicht. Also hier in etwa in dem Bereich vom Galaxy S9 Plus. Und ich nehme es jetzt auch noch mal kurz in die Hand. Also der Rahmen hier durch das matte Aluminium natürlich etwas kühler. Ja, also auf der Rückseite oben ist es ziemlich warm, aber ansonsten kann man das relativ angenehm anfassen. Ich würde sogar sagen, angenehmer als beim S9 Plus und deutlich angenehmer als hier beim Huawei P20 Pro. Was gibt es abschließend zu sagen? Wie zu erwarten war, schlägt sich das Xperia XZ2 mit dem Snapdragon 845 in den bekanntesten Benchmarks wirklich sehr, sehr gut. Vor allem im AnTuTu Benchmark. Schade, dass der GFX Benchmark hier nicht ganz durchlief. Aber wie gesagt, zeitlich nimmt sich das ja nicht viel. Was die Wärmeentwicklung angeht, bin ich eigentlich auch positiv überrascht, ist das falsche Wort, aber das habe ich erwartet. Hier ist nur das P20 Pro das Smartphone, was hier etwas ausschlägt. Aber das ist alles noch im normalen Bereich. Ihr habt es ja gesehen, man kann alle noch problemlos anfassen. Also auch hier nichts wirklich Überraschendes. Wenn wir uns jetzt vielleicht noch die Akkukapazität anschauen. Im Prinzip waren, also ich habe alle Smartphones vorher mal vollgeladen. Ihr wisst das ja, wenn man volllädt, es schwankt immer zwischen 95 und 100 Prozent, je nachdem, wann man abzieht. Aber hier haben wir jetzt noch 75 Prozent, hier 76 Prozent und hier 84 Prozent beim P20 Pro. Und das, obwohl alle drei Smartphones auf voller Displayhelligkeit waren. Die haben sie aber natürlich immer mal wieder runter geregelt. Das soll es von dem Video hier jetzt gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren natürlich wieder mal nur Benchmarks. Das ist ein ganz guter Anhaltswert. Wichtiger ist aber natürlich die Alltags-Performance und wie sich das Xperia XZ2 dar schlägt. Das kennen wir dann spätestens im Review in ein paar Tagen. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.